Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute möchte ich ein kleines Journal bauen und dazu ein paar Dekorationen da rein machen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein lang oder kurz Video wird, weil eigentlich ist das nur eine Kleinigkeit, aber es kann durchaus sein, dass ich ein bisschen länger mit euch sitze. Und es ist jetzt so, dass dieser Sendeplatz heute ja eigentlich meine Memodecks dran war und dann habe ich aber nicht berechnet, dass wenn ich nur vier Videos im Monat mache, ja, oder einmal die Woche nur mittwochs, dass mir dann irgendwie so ein paar Sendeplätze fehlen. Und deswegen kann das durchaus sein, dass irgendwann mal zwischendurch was mehr kommt oder meine Memodecks dann irgendwie so wie letzte Woche nicht an dem, also nicht heute kommt, sondern schon letzte Woche Freitag quasi ich das hochgeladen habe. Also versteht ihr? Also mindestens dieses eine Mittwochs Video wird es geben und ansonsten kann es durchaus sein, dass hier oder da mal irgendwie noch irgendwas kommt, was so zwischendurch anliegt. Und zwar Newsletter. Deswegen heute dieses Video. Ist also kein normales Bastelvideo. Nein, denn ich verbastle heute das Freebie, was es im nächsten Monat gibt. Und für alle, die die schon angemeldet sind beim Newsletter, die auch schon was von mir bekommen haben, die kennen das Prozedere bereits. Ganz viele Videos habe ich ja auch schon hochgeladen. Übrigens sind das alles Bastelideen, die ihr natürlich auch ohne das Freebie machen könnt, ja. Ich mache eigentlich immer zu jedem Newsletter ein kleines Videos. Also klein in Anführungsstrichen, so Agnes Klein. Diesmal habe ich mir überlegt, ich mache etwas, was ihr euch auf dickerem Papier ausdrucken könnt. Müsst ihr natürlich nicht, könnt ihr aber. Und zwar geht es, wie ihr schon seht, um eher das maritime Thema. Und zwar ist es so, dass ich ja den Newsletter ein bisschen an die Mitgliedschaft anlehne, was aber nicht bedeutet, dass es identisch ist. Das heißt also, ich kann euch jetzt schon ein bisschen was verraten. Also das hier ist eher so im klassischen Stile Nordsee-Ostsee-Geschichte. Also hier unsere, sage ich mal, Breitengrade. Und im Mitgliederbereich gibt es eher ein bisschen was Tropisches. Aber der Stil, der ist, ja, wie soll ich das sagen, die Designpapiere, die ich für euch gemacht habe im Mitgliederbereich, die sind halt ein bisschen, ja, nicht so grell, wie man sich jetzt tropisch vorstellt. Da habe ich mich ein bisschen so, also bunt sind auf jeden Fall die Fuzzy Cuts, aber so die Hintergründe sind so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Ein bisschen gedeckter. Also nicht ganz so quietschig, tropisch, wie du dir das vielleicht jetzt vorstellst. Also eher so karibisch und schön. Und ein bisschen mehr in so einem grunchy, schäbischig, keine Ahnung. Also ich kann es nicht genau sagen, wie ich das beschreiben würde. Aber du kannst natürlich trotzdem alle Meere miteinander verbinden, weil die sind ja auch miteinander verbunden, so im Großen und Ganzen. Von daher ist das nicht das Problem. Und das heißt also, du kannst das Newsletter-Freebie auf jeden Fall auch mit den Sachen im Mitgliederbereich dann nachher zusammengestalten. Das ist alles kein Thema. So, also hier habe ich ein Außencover mir diesmal überlegt, dass man das knicken kann und dann wirklich als Cover für ein Journal nehmen kann. Dann habe ich ganz lieb bekommen mal gefärbtes Papier. Und das dachte ich mir, das nehme ich jetzt so schlicht, wie es ist. Ich glaube, das ist vielleicht sogar Kaffee gefärbt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind das ganz viele verschiedene tolle Papiere, die schon vorgefärbt sind. Ich habe bisher keine Zeit gehabt, neue zu machen. Deswegen kommt mir das jetzt sehr passend, sozusagen. Also Dankeschön nochmal an dieser Stelle für die ganzen Papiere, die ich da bekommen habe. Und die werden heute verbastelt in dieses Journal. Und jetzt bist du bestimmt gespannt, was es für Fuzzy Cuts gibt. Und ich habe ja schon gesagt, es sind eher welche hier für unsere Breitengrade. Es ist die Nordsee dabei, die Ostsee ist dabei, das Küstenkind, Dünen, Wattenmeer. Also schon so angelehnt eher an unsere Küste. Und hier siehst du auch, dass ich das hier, das habe ich nochmal als Journalkarte gemacht zu dem. Und hier, das sind so Streifen, vielleicht Mini-Bellybänder oder sowas. Oder halt eben als Ganzes kann man das auch ausschneiden. Vielleicht kennst du ja diese mehrteiligen Bilder. Ich finde die total toll. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht auch eine schöne Idee hierfür. Und ja, ganz viele kleine Fuzzy Cuts von Strohhütchen, die uns vor der Sonne schützen, über Muscheln und ein Schirmchen. Und das hier war eine Herausforderung. Aber ich habe es geschafft, einen Strandkorb hinzubekommen. Und den gibt es auch in zwei Vorausführungen, also in zwei verschiedenen Größen. Und ja, wie ihr Freebies noch bearbeiten könnt und weiterverarbeiten könnt in einem normalen Programm wie Word, was fast jeder hat, also irgendein Office wirst du haben, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ich werde dir das hier auch verlinken, dass du noch weißt, was du mit deinen ganzen Printables sonst noch so machen kannst. Denn man kann die Größen natürlich auch noch anpassen. Und man kann einzelne Sachen aus so einem Freebie natürlich auch mehrfach ausdrucken. Vielleicht auf einer Seite oder sowas, wenn man mehr von einer Sache braucht. Also dazu, wie gesagt, gibt es ein Video schon bei meinen, ich glaube, das sind Tipps und Tricks oder so müsste das sein, die Playlist. Und da steht das drin, aber ich verlinke das auch nochmal. So, das allererste, was wir machen, ist natürlich erstmal das Journal binden. Und zwar werde ich dafür hier einfach in der Mitte knicken und hoffen, dass mein Drucker so weit gerade gedruckt hat. Weil das ist ja immer so eine Druckerproblematik. Wenn der nicht gerade druckt, dann ist nachher doch, es ist alles prima. Das freut mich ja zumindest, hat das jetzt geklappt. Müssen wir gerade einmal schauen. Ich habe hier noch so ein bisschen Sachen rumfliegen. Beim letzten Basteln habe ich alles nur hier einfach so reingeschmissen. Ich finde schon wieder mein Dings nicht. Dann müssen wir den Brieföffner nehmen. Geht auch. Mein Feilsbein. So. Und ich habe jetzt natürlich die Qual der Wahl, ob ich das abschneide oder so lasse. Ich glaube, ich lasse es so, aber ich werde es trotzdem unken. Und da ich finde, dass dieses Blau-Braun ist sowieso eine ganz tolle Kombi. Ist ja nicht umsonst von der Natur schon so gegeben. Mit Sandstränden. Und man könnte sich ja schon fragen, warum der Sand eigentlich braun ist. Und deswegen werde ich jetzt einfach die Kante, damit ich ein richtiges A5-Journal habe, werde ich jetzt einfach hier einfärben. Dann ist das nicht ganz so hell. Was natürlich hier ein bisschen doof ist, dass man das da sieht. Aber naja, schlimm ist das ja jetzt auch nicht. Man könnte hier natürlich auch noch mal ein bisschen inken mit Blau, damit das nicht so zu sehen ist. Da fällt mir schon der Klebe um hier. Die Klebe, das Klebe. Ach, keine Ahnung. Ach, ihr Lieben. Ja, ich bin ganz fleißig gewesen beim Packen. Meine Küche ist tatsächlich bis auf ein paar Tellertassen, Besteck und so, ist eigentlich schon fast alles eingepackt. Ich habe wirklich also echt reingehauen letzte Woche. Und ja, ich meine, es ist trotzdem noch sehr, sehr viel, was eingepackt werden möchte. Aber ich habe schon, wie gesagt, einen großen Teil auch schon geschafft. Und so langsam nimmt das Ganze auch eine Form an, die sich dann sehen lassen kann. So, ich werde das hier einfach nur noch zu Ende machen sozusagen und werde hier die Kante noch ein bisschen mit einfärben. Dann fällt das nicht ganz so auf beim ersten Blick. So, das mache ich hier auch noch mal so ein bisschen. Dann ist das hier auch so ein bisschen blauer Abschluss. Vielleicht hätte ich das Faded Jeans nehmen sollen. Das ist vielleicht besser von der Farbe her. Aber ich finde, das ist schon okay so. Das wird ein schönes Büchlein. So, okay. Dann haben wir natürlich die Blätter. Und das ist jetzt vielleicht auch ganz gut für Anfänger, die noch nie so ein Journal oder so gebunden haben. Ich mache jetzt hier im Prinzip eine Signatur. Ja, und die mache ich auch bis zum Ende fertig. Und das ist eigentlich das Einfachste. Und damit sollte man anfangen, meiner Meinung nach. Dann hat man auf jeden Fall schon mal so eine Idee von dem, okay, wie nähe ich das. Und wenn man dazu ein Cover bauen möchte, kann man das tun. Und man kann ein flexibles Cover bauen. Das heißt, man muss es gar nicht richtig einnähen, sondern man kann es auch mit zum Beispiel Gummiband festmachen im Journal. Und dann ist das auch okay. Ich überlege gerade. Ich denke... Irgendwas... Achso, das ist geknickt. Deswegen passt das nicht. Jetzt habe ich es auch geschnallt. So, also ich knicke die alle einzeln. Und zwar aus folgendem Grund, damit die alle schön in der Mitte geknickt sind. Denn wenn man Blätter ineinander knickt, dann knickt man sie immer an anderer Stelle. Weil man ja so viele auf dem Stapel hat. Und dann lässt sich das immer schlechter knicken. Und so hat man sie alle tatsächlich vernünftig mittig, wie man sie haben will. Und... Ich habe jetzt hier zehn Seiten gewählt, obwohl ich fast glaube, dass es ein bisschen viel ist. Bin mir nicht ganz sicher. Ich muss einmal gucken, wie das so aussieht. Ich will es ja auch nicht überladen, ne? Ja, das ist vielleicht ein bisschen... Doch... Ach, das wird schon gehen. Ne? Kommt noch ein bisschen Deko rein. Ich mache ja meistens so zehn Seiten. Das müssen auch nicht immer die gleichen sein, sondern oft auch. Aber wohl, das wird jetzt doch ein bisschen zu dick. Machen wir mal eine weniger hier. Was habe ich denn jetzt hier? Machen wir nur sieben. Das sind immer noch 14 Seiten, die man beschreiben kann. Also... Ne? So. Und du siehst ja, es ist eins im anderen. Und wenn man die richtig schön knickt, dann hat man hier nämlich alle schön in der Mitte. Dann muss man das hier auch noch richtig runter und fest drücken. So. Und bei dem ist es jetzt tatsächlich so, dass hier nichts auch rausguckt. Das ist ja schön. Das werde ich also nicht beschneiden. Ich werde es so nähen, wie es ist. Und dann ist es perfekt. Es ist perfekt. So. Was man dann macht, ist natürlich sich Klammern dran machen, dass das nicht verrutscht. Aber mein Problem jetzt gerade ist, dass meine Klammern schon wieder nicht hier sind. Ja, ihr kennt es ja, ne? Ich muss schon wieder mal kurz aufstehen hier. Und dann mein Klümpchen mit der Klammern ist hier. Aber es ist alles gut. Nicht schlimm. Und ich fixiere das hier oben und unten. Und zwar werde ich tatsächlich gucken, dass ich hier jetzt nochmal im Nachhinein nochmal hier richtig reingehe. Und das tatsächlich nochmal lose mache und nochmal festklemme. Ja, dass es hier vernünftig fest ist. So. Das mache ich natürlich, damit mir das gleich nicht verrutscht. Sondern beim Nähen ist das sonst doof. So. Da unten habe ich es jetzt auch festgemacht. Dann nimmst du dir deine Klammern und klammerst das auch hier ans Außencover am besten dran. So. Guckst du, ob das alles hier vernünftig dran ist. Wenn du das gerade haben musst. Es muss nicht hundertprozentig gerade sein. Das ist immer noch ein Junk Journal. In Anführungsstrichen. Also das Papier drinnen, ja. Das Außencover ist natürlich jetzt neu. In Anführungsstrichen. So. Jetzt muss ich einmal gerade schauen, wo ich denn mein Piekser habe hier. Ich habe nämlich tatsächlich hier alles nur so reingeballert. Jetzt muss ich doch mein Werkzeug suchen. Ach, guck mal. Da ist ja auch mein Falsbein. Haha. Das ist ja komisch. Aber ich müsste ja irgendwie noch ein Buchbindewerkzeug vielleicht. Ah ja, guck. Ich habe es sogar weggeräumt. Na sowas. Also. Und jetzt hier mache ich das immer so. Ich mache mir das so, dass ich so Pi mal Auge gucke, wo hier ungefähr die Mitte ist. Und dann piekse ich einfach durch. Fertig. Keine große Sache mit Abmesserei und sonst was. Das wird jetzt hier einfach zusammengenäht. Jetzt muss ich gerade überlegen, was am besten passt. Ich denke mal, dieses Band, wenn ich das blau reinbekomme, in eine der Nadeln werde ich die nehmen. Muss ich gerade einmal schauen. Also die Nadeln sind ja schon groß. Das Problem, das Öhr hinten, das ist halt nicht ganz so groß. So. Was hat man mir gesagt? Tipp beim Nähen. Das Band ganz bis zum Schluss zwischen die Finger, dass es nicht mehr rausguckt. Sonst hat das zu viel Spiel. Und dann wird das nur noch hier so quasi reingesteckelt. Ja, und da ist schon mein erstes Problem, dass ich Bänder habe, die ausfranseln. Und wenn die ausfranseln, kann man die umso schlechter dann in das Öhr drücken. So, also ganz nah am Finger. Ich habe mir die letzten Male mit Tesafilm tatsächlich geholfen. Einfach umgeklebt, damit ich so eine Kante habe, die ich einfach fest durchschieben kann. Aber ich mache es mir diesmal einfach. Wisst ihr, was ich mache? Ich nehme jetzt hier einfach eine größere Nadel, schiebe das durch und fertig ist die Sache. So, wie lang muss der Faden sein? Also, ich gehe immer von der Signatur immer dreimal. Dann habe ich noch genug Platz, um noch ein schönes Schleifchen vielleicht zu machen. Und muss mich damit nicht stressen. Weniger würde wahrscheinlich auch reichen. So, das wäre eins, zwei und... Also dreimal, ne? Dreimal das Journal hochgenommen. Nun ist das jetzt hier so verfuselt, dass ich hier überhaupt nicht mehr klarkomme. Also nochmal. Das wäre eine Länge, zweite Länge, dritte Länge. Äh, zweite Länge, warte mal. Hä? Jetzt bin ich selber... Ne, doch, passt. Also, das hier ist eine Länge. So. Ja, machen wir mal so. Eine Länge. Dann hast du hier die zweite Länge. Und dann von hier aus nochmal zurück die dritte Länge. So, und dann schneide ich das hier so ungefähr ab. So, genug gefuselt hier. Mein Gott, was stört mich das jetzt gerade hier. Okay. Ähm, Nadeln. Schön zurück. Ich nachher nicht suchen muss. Äh, Buchbinde-Werkzeug, falls du sowas noch nicht besetzt, ähm, ist natürlich unten verlinkt. Und, also, das, was ich habe, das ist auch nicht teuer. Also, das ist wirklich auch eine Einmalinvestition. Und, ja, jetzt gehe ich hier ungefähr so, ich weiß nicht, wie viel das sind, zwei Zentimeter vom Rand eventuell. Du kannst auch ein Zentimeter machen, das ist völlig egal. So. Und jetzt ist folgendermaßen. Möchtest du innen ein Schleifchen oder möchtest du außen ein Schleifchen, ja? Immer da, wo du beginnst, da kommst du am Ende auch wieder raus. Das heißt, ich möchte jetzt ein Innenschleifchen. Und das bedeutet, ich steche erstmal hier rein, in die Mitte. Und dann, ganz wichtig, sonst ärgerst du dich. Äh, ich brauche noch eine Klammer. Hier habe ich auch noch eine. Guck mal, hier fliegt eine rum. Und zwar mache ich mir hier das Band am Ende des Buches fest. So. Was du vermeiden solltest, ist so nähen. Das verrutscht, die Blätter verrutschen. Es muss immer geschlossen sein, das Journal. Man näht quasi am geschlossenen Journal. Genauso umgekehrt. Wenn du jetzt so machst, dann verschieben sich, also, wenn du jetzt so versuchst, da durchzustechen, dann verschieben sich die ganzen Löcher. So bist du quasi in einer Linie und dann kommt das normalerweise automatisch raus. Ob du jetzt unten oder oben reingehst, ist völlig egal. Ja, kannst du es oben rum machen. Guck mal, das kommt automatisch hier raus, weil du schön vorgestochen hast. Und dann passt das oben oder unten. Das ist völlig egal. So. Wichtig ist, du gehst, wenn du dann einmal rausgenäht hast, einmal reingenäht hast, gehst du einmal und überspringst das mittlere Loch hier nach außen. Nimmst das auch hier so. Und schiebst es durch. Und dann kommst du natürlich, wie ich gesagt habe, in der Mitte wieder raus. Und dazu auch das Buch schließen. Was ich dann aber immer mache, ist, das Band hole ich mir in diese Richtung. Denn es passiert mir sehr oft, dass ich mir das Band sonst durchsteche. Und dann kann ich nicht mehr stramm ziehen. Also ziehe ich mir dieses Band quasi hier oben hin. Und wenn ich jetzt hier durch das gleiche Loch nochmal gehe, dann versuche ich schon, zu der Seite irgendwie ein bisschen zu stechen. Ah, boah, ja, die Nadel ist sehr dick. So. Du siehst, da bin ich rausgekommen. So, jetzt gucken wir einmal, hier ist oben. Jetzt siehst du, es ist ein bisschen locker. Das heißt, ich möchte mir stramm ziehen. Dieses Band hier kommt ja jetzt bei mir von unten. Das heißt, das ziehe ich in diese Richtung stramm. Und das obere ziehe ich in diese Richtung stramm. So. Und was ich immer mache, was ich dir auch empfehlen würde, ist, das Band, was hier jetzt ist in der Mitte, das ist ja hier los, ja, das würde ich umwickeln, ja, wenn das richtig fest sein soll. So. Und jetzt sehe ich, hier habe ich so viel, da habe ich so wenig. Das heißt, ich justiere das noch ein bisschen nach. Hier habe ich ein bisschen zu viel Band. Und dann ziehe ich mir das hier so passend, damit ich das an dieser Stelle gleich lang habe, etwa. Ja, so ist das gut. So, das geht nach unten, das geht nach oben. Einmal ein bisschen stramm gezogen. Und dann wird in der Mitte zusammengebunden. Wenn du das Ganze von außen beginnst, hast du natürlich dann, das, was du jetzt hier innen hast, hast du dann natürlich außen. So. Das war jetzt mal ganz fix genäht. Keine Angst vorm Nähen. Also viele haben ja wirklich Angst vorm Nähen. Das ist kein Hexenwerk. Und die ersten Male kommt man durcheinander. Das könnt ihr mir glauben. Was ich schon alles lustige Dinge genäht habe. Das ist einfach so. Das passiert. Das macht man zwei, drei Mal. Und irgendwann hat man das Gefühl, wie konnte ich das je nicht verstehen. Das ist einfach so. So, ich lasse jetzt einmal hier das Ganze. Du kannst es natürlich doppelknötig machen. Ohne Schleifchen. Hier runterhängen lassen. Gebamsel dran machen. Was auch immer. So. Mein kleines Küsten-Mini-Journal ist somit fertig. Und das wäre jetzt auch etwas, ja, Notizbüchlein. Das ist so Journal to go. Ganz dünn. Ganz viele tolle Papiere jetzt hier drin. Alles gefärbt. Teilweise hier auch so ein bisschen, fühlt es sich so ein bisschen embossed an mit irgendwelchen, ich denke mal, da wurde viel experimentiert mit dem Papier. Das hat ganz, ganz viel Struktur auch. Ne, also echt toll. Hier auch mit Schablonen gearbeitet. So. Und da das jetzt sehr leer ist, werden wir jetzt ein paar Sachen da reinbauen. So. Das hier kann einmal zurück ins Kästchen. Ich muss ja Ordnung halten, jetzt kurz vorm Umzug. Na, kurz vorm Umzug ist auch lustig. Natürlich nicht kurz vorm Umzug, das ist ja noch ein bisschen hin, aber wir wollen ja schon mal alles ordentlich haben, ne? Nicht irgendwann alles vergessen. So, also, hier Journal. Und dann wollen wir mal ein bisschen was hieraus machen. Und als erstes natürlich werde ich schnippeln müssen. Ist ja jetzt nicht so das, was ich so liebe, aber nun ja. Das ist halt einfach so. Irgendwann werde ich noch schnipselkönig. Und werde nur noch schneiden. Könnte ja auch durchaus passieren. So, das hier finde ich tatsächlich, glaube ich, als Gesamtteil ganz cool. Deswegen werde ich das hier ein bisschen ordentlich schneiden. Das sieht so ein bisschen aus wie so Latten. Das finde ich ganz gut. Dann natürlich, das ist sehr einfach zu schneiden. Da muss man ja nicht viel können. Das kann man auch mit einer Schneidemaschine gerade hier einmal gerade machen, die schöne Karte. Die kann man auch als Pocket machen, natürlich. Oder halt eben als Journalkarte lassen. Kann aber auch noch irgendwelche anderen Sachen damit dekorieren. So. Dann haben wir hier einmal den Rahmen. Und bei dem Rahmen ist es so, dass ja hier der Hut noch ist. Das heißt, der guckt hier auch so ein bisschen drüber. Und den werde ich jetzt hier drumherum einmal ein bisschen ausschneiden. Und einen kleinen weißen Rand lasse ich auch, damit das nicht zu schief wird. Weil wenn ich den weißen Rand lasse, ist es optisch so gerade, der Rahmen. Wenn ich den Rand komplett abschneide, dann kann das durchaus passieren, dass es dann nachher schief aussieht. Deswegen mache ich das eigentlich so ganz gerne. Und das hier habe ich natürlich noch gefüllt, damit dieser Platz nicht so verspendet ist von dem Rahmen. Deswegen. So. Ja, ich hoffe, dass alle Küstenkinder von euch happy sind mit diesem Freebie und Lust haben, es zu verbasteln. Natürlich ist das auch kombinierbar mit dem Freebie aus dem letzten Mal, mit den ganzen Zitronen und sowas. Ja, also ich gucke ja schon, dass man dann so ein bisschen diese Sommerthemen vielleicht dann auch irgendwie zusammenpacken kann. Ach so, wegen der Anmeldung zum Newsletter hatte ich das überhaupt gesagt. Also wer jetzt hier neu ist und das erste Mal zuschaut, anmelden kannst du dich dann auf meiner Website. Da ist, der Link ist auch hier drunter, immer unterm Video. unter allen meinen Videos ist eigentlich der Link zum Newsletter und der ist komplett kostenlos. Das heißt, ihr hinterlasst da, also es kostet eure E-Mail-Adresse, sagen wir es mal so. Achtet bitte auch beim Anmelden bitte, bitte auf die Hinweise, die auf der Seite hinterlassen sind, denn ich habe alles aufgeschrieben, was so schief gehen kann bei so einer Anmeldung. Und zwar beginnt das schon mit der E-Mail-Adresse, mit der ihr euch anmeldet. Es gibt welche, die werden rausgefiltert und dann erhaltet ihr den Brief nicht. Und ich habe gesehen, ganz viele von euch, leider auch im letzten Monat, haben den Bestätigungslink in der ersten E-Mail nicht gedrückt. Und wenn der nicht gedrückt ist, das ist eine Double-In-Funktion, die ich haben muss hier in Deutschland, wegen Datenschutz, müsst ihr diese Double-Opt-In gedrückt haben. Bedeutet, ihr bekommt nach der Anmeldung eine E-Mail und diese E-Mail beinhaltet einen Link. Von wegen, Dankeschön für deine Anmeldung, bitte bestätige hier. Und dann musst du diesen Link drücken, wirst weitergeleitet und erst dann bist du wirklich angemeldet. Bist du nicht angemeldet, gibt es keine Post. Und ich habe leider, leider gesehen, das ist, ich glaube, alleine im letzten Monat 14 Leute haben die Anmeldung nicht bestätigt. Bedeutet, die haben auch kein Newsletter bekommen. Und ja, ansonsten habe ich jetzt nicht weiter nachgeforscht, ob da noch irgendwas schiefgegangen ist. Ich habe nur gesehen, das kann ich in meinen Analysen sehen, dass so viele Leute da sich nicht vernünftig angemeldet haben. und natürlich dementsprechend dann in die Röhre geguckt haben. Tut mir auch super leid. Aber es ist halt eben Gesetz in Deutschland, dass man das haben muss und dass man diese Bestätigung braucht, um was verschicken zu dürfen. Und da Datenschutzgeschichten immer sehr teuer werden, bin ich da sehr, sehr hinter, dass bei mir das alles mit rechten Dingen zugeht. Also überall, wo ihr das nicht habt, die Leute, die machen sich tatsächlich strafbar, wenn die euch das nicht anbieten, dass ihr euch doppelt anmelden könnt. Weil ich weiß, also in Amerika ist das nicht Pflicht, glaube ich. Das braucht man da nicht. Aber eigentlich, also du kennst das sicherlich von allen anderen Anmeldungen, auch woanders, dass du immer dich nochmal bestätigen musst für diesen Newsletter. Dann habe ich hier noch ganz viele kleine Muschelchen. Und bei den Muscheln und diesen Kleinteilen, da dachte ich, da kann man ja ganz tolle Cluster draus machen. Und das bietet sich ja jetzt auch hier an, so ein bisschen was zu machen. und man könnte das ja auch am Stück lassen und daraus eine Pocket machen. Kleiner Klappstuhl hier. So, so. Ja, ist jetzt nicht ganz so spannend hier, während ich ausschneide, aber ein bisschen meditativer, ne? So. Kann ich ja später dann noch zurecht schnibbeln, den Rest. Ich gucke jetzt erstmal, was ich davon... Also hier habe ich schon einmal einen Einhut. Ich würde schon hier einmal das große Teil einmal ausschneiden. Den großen Strandkorb. Oh, Strandkorb habe ich früher mal so von geträumt, dass ich sowas gerne hätte. Aber ich muss ja sagen, so bequem sind die eigentlich nicht, ne? Also eigentlich ist eine Hängematte ja viel bequemer. So am Strand ist das ja ganz fein, aber so, ich wollte sowas früher mal auf meinem Balkon haben. Das hätte ich toll gefunden. Ein bisschen windgeschützt so sitzen, aber, naja. Und ein bisschen vor allem sonnengeschützt. Jetzt weiß ich nicht, ob das so Sinn macht im Garten. Eher nicht, würde ich sagen. Wir haben ja eine überdachte Terrasse. Beziehungsweise ist das eher eine, würde ich sagen, eine Veranda. Weil man muss noch ein Treppchen runtergehen in den Garten. Also keine klassische Terrasse. Sondern eher so eine Wanda-Terrasse. Nein. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Veranda. Ah, dieses Wort. Ja, davon hab ich früher auch mal geträumt von einer Veranda, ne? Häusle mit Veranda. Aber ich meine, Verandas sind ja meistens auch vorne. So diese typischen, ich sag mal so, wo man sie in Australien findet. So diese Häuser. Oder auch in Amerika. Irgendwo in der Pampa. Da hat man dann auch diese Verandas. Ich liebe diese Häuser, ne? Mit dieser Bauart. Also ich find das ganz toll. Und so irgendwann mal im hohen Alter auf meiner Veranda sitzen, im Schaukelstuhl. Ah, super geil. Mit meiner Schrotflinte auf dem Schoß. Ah, das ist so American-Style mäßig, ne? Na, ich bin natürlich überhaupt kein gewalttätiger Mensch. Ich lehne sowas absolut ab. Aber, wenn ein Dieb kommt, hm, wenn man, bevor ich Opfer werde, ja, ne, also da bin ich jetzt nicht der Freund von, selber Opfer sein. Das mag ich nicht. Deswegen ist das schon, denke ich, ganz gut, wenn man da, ja, ich hoffe, dass dir diese kleinen Dinger hier gefallen werden. Also so schwer auszuschneiden sind die eigentlich gar nicht. Hier sind ja auch viele Sachen, die man so ausschnibbeln kann. Zahlen sowieso immer mal mit dabei und wahllos halt durcheinander, wisst ihr ja, das hat ja keinen bestimmten, keinen bestimmten Sinn. Ja, also ich finde, da kann man schon echt was draus machen. So, und jetzt gucken wir mal, denn, ich werde natürlich, äh, kleine Dinge dann jetzt daraus machen und dafür brauche ich natürlich vielleicht auch mal andere Dinge und da gucke ich jetzt einmal, ich hatte hier irgendwo hier Packpapier, bietet sich natürlich super an, auch mit der Farbe und da werde ich mir jetzt, ich muss gerade gucken, für welche Dinge, ich denke mal für die Muschelsachen, werde ich mir jetzt einfach hier solche Streifen rausreißen und zwar so recht bis quadratisch, rechteckig bis quadratisch, ein bisschen durcheinander, das ist ein bisschen zu klein, das kann weg und vielleicht noch so, das haben wir dann hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, das passt, so fünf, dann haben wir natürlich, ja, das andere gucke ich dann gleich und zwar werde ich das ganz einfach machen, dann brauche ich noch Buchseiten, gerade Buchseiten herholen und Karten würden sich jetzt auch vielleicht anbieten, so Seefahrt-technisch oder natürlich auch Designpapier, alles was Maritimes oder irgendwie mit Meer zusammenhängt oder so würde sich anbieten. So, wisst ihr eigentlich, dass ich immer davon quatsche, dass ich mein Büro endlich packen muss und einfach nicht dazu komme. Das ist echt furchtbar. So, jetzt muss ich einmal gerade gucken, inwieweit ich das mache, hier so mittig. Ein bisschen kaputt reißen. Ich möchte nämlich hier kleine Cluster machen und Cluster sind ja übereinandergelegte Papierschnipsels. Das ist zum Beispiel dann zu groß dafür und deswegen ist es jetzt so die Frage, wie mache ich das? die können ja auch verschieden groß sein, das ist gar nicht das Ding, nur ich möchte, dass man nachher auch was von dem Papier dahinter sieht. Deswegen will ich es auch nicht zu klein machen. So vielleicht. Ja, und dann hierfür auch noch, müssen wir einmal gerade gucken, dass das nachher gleich passt. Machen wir doch einfach mal so angelegt, kann es auch nicht schief gehen und dann machen wir ein Cluster vielleicht mal so ein bisschen ein bisschen so. So, okay. Und dann würde ich gerne noch so ein bisschen, boah, machen wir mal hier Spitze oder irgendein Band oder sowas. Ich gucke mal, was ich hier habe. Washi würde sich auch anbieten. Geht auch. Jetzt gucke ich einmal, was die Farben sagen. Das würde natürlich sehr, sehr gut passen. Dieses Spitzenband habe ich auch geschenkt bekommen. Müsste ich natürlich gucken, kommt es drüber, drunter, sonst wo hin. Ich denke mal, ich werde das da drüber einfach machen. Aber ich brauche noch eine Zwischenlage, die ein bisschen neutraler ist. Oder ich mache dieses hier. So ein Kuddel-Muddel-Band. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja, Kuddel-Muddel-Band ist auch super. Ja. Das ist vielleicht sogar noch viel besser. Und ich gucke mal, was ich hier noch an Washi habe, was man nehmen könnte. vielleicht. Das ist ein bisschen neutraler zu gestalten. Obwohl, muss eigentlich auch nicht. Also jetzt gucke ich einmal noch in meine andere Kiste. Ich habe hier ja auch immer noch ein bisschen Papier. Ich glaube tatsächlich, das Kuddel-Muddel-Band reicht. Also, man nehme ein Stückchen Band, irgendeins, Wolle, keine Ahnung, völlig egal, und mache daraus ein Häufchen und lege das dann einfach mal hier so hin auf das Ding. Nehme sich dann einen Tacker und tackere den ganzen Kram zusammen. Und schon ist das schick. Also, alle, die sich das vorstellen können, wissen, dass das jetzt schon schick ist. Und alle, die neu sind und sich denken, was macht die denn da für einen Schwachsinn, die werden gleich ganz erstaunt sein. Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen Fuzzy-Cut-Platz machen hier. Das ist ein bisschen zu viel auf einmal hier. So, warte mal, ich muss mal gerade einmal hier diese ganzen Dinge packen wir mal hier oben hin. So, das hier mal liegen und das hier will ich ja gleich verpasteln, damit du hier auch ein bisschen was siehst, was ich hier so tue. So, hier auch noch ein bisschen von dem Band. Kannst du das natürlich auch ordentlich machen, ne? Ordentlich zusammenlegen und einfach festtackern. Muss man natürlich gucken. Es muss auch nicht alles festgetackert sein. Das darf ruhig ein bisschen abstehen. Oh! Das war nicht gut, weil Tacker gibt den Geist auf. So. Und vielleicht ist aber auch ein bisschen Band, ein bisschen Juti oder ein bisschen hier. Sowas hier ist auch gut. Machen wir doch das einfach. Und das färbe ich mir hier einfach vorher ein, ein bisschen. Ich hatte doch hier einmal so ein bisschen von dem Blau. Kann man hier so mal ein bisschen drüber gehen. Dann gibt das so einen kleinen Farbkontrast. mal abschnibbeln. So. Damit das nicht ganz so ordentlich aussieht, kann man hier natürlich auch noch ein bisschen auseinanderzuppeln und das Ganze so ein bisschen löchrig machen. das fällt schon komplett auseinander. Mal vielleicht ein bisschen aufpassen, welche Kante man da gerade so erwischt hat. Aber an und für sich ist das schon okay. Das sind jetzt wirklich ganz einfache Klasse. Jetzt nichts Wildes. Das ist jetzt auch nichts Besonderes können. Trotzdem sieht es nachher cool aus. Einfach drauflegen. Festtackern. Fertig. Okay. So. Dann nehmen wir uns die Schere. Und dann werde ich jetzt einmal die Dinger hier ein bisschen ausschnibbeln. Vielleicht lasse ich doch demnächst wieder meinen Plotter mal machen. Das Problem ist beim Plotter, dass das alles dann insgesamt ein bisschen kleiner wird, weil er macht ja dann erst Drucken, dann Schneiden und dafür braucht er Orientierungslinien und die kommen dann mit drauf und dann wird das ganze Ding ein bisschen kleiner. Eigentlich möchte ich das nicht. Das ist jetzt hier Originalgröße auf A4 gedruckt. Ohne irgendwelche Zusätze. So. Ich könnte natürlich auch bei den Großen vielleicht einen Hut hinmachen. Wie dieser Lewewade, dass das nicht auch cool wäre. Ist eigentlich auch gut, ne? Guck mal, machen wir so. Können wir noch zwei machen. Ach, Leute. Ich habe diese Woche echt noch viel zu tun. Also genau genommen, letzte Woche hatte ich viel zu tun. Wäre ja jetzt das, was ich jetzt sagen müsste, weil ich rede ja quasi von Zukunft in diesem Video, aber es kommt natürlich erst später. Es wird ja später ausgestrahlt. Also meine Woche, mein Plan. Ja, ganz viele Termine. Ich habe Termin bei meiner Nagel-Design Designerin, die mir meine Nägel wieder schön macht. Vor allem jetzt naja, für den Urlaub noch nicht ganz, aber die sehen jetzt auch nicht mehr so toll aus. Deswegen ist das schon ganz gut. und dann habe ich noch einen Zahnarzttermin und dann habe ich noch den Aquarellkurs, der abends noch läuft. Und dann habe ich noch einen extra Aquarellkurs. So geschlossene Gesellschaft mäßig wurde gebucht. Und auch für Anfänger und so. Ja, da habe ich echt viel zu tun, viel vorzubereiten auch. Und danach, wie das dann live weitergeht, so im echten Leben mit den ganzen Sachen, die ich bisher gemacht habe, mit Aquarell und auch mit Dunk Journal Workshops und solchen Dingen, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, weil das Problem ist ja, dass wir wegziehen und da, wo ich es bisher gemacht habe, das ist zu weit weg einfach für mich. also ja, wenn ich jetzt selber so einen Workshop besuchen würde, ja, würde ich die Zeit fahren, aber wenn ich diesen Workshop gebe, muss ich ja auch früher anfahren und vorbereiten und solche ganzen Sachen und das schaffe ich alles gar nicht. Also nicht so wie bisher und ich weiß auch nicht, ob es dann überhaupt noch möglich ist. so, das sind jetzt hier kleine Cluster, die ich gebastelt habe und ich nehme mir diesen Kleber dafür, um das hier zu fixieren, die Sachen und merke schon, dass ich hier scheinbar einmal nicht richtig zugemacht habe, denn das geht hier super schwierig. So, man könnte das natürlich auch alles noch inken, ich habe aber auch noch diesen hier und das ist ja im Prinzip der gleiche, aber ich muss gerade nochmal überlegen, der ist super dick, genau, das war der super dicke für schwere Sachen eher. Ja, ich muss den mal durchpusten, glaube ich. Nehmen wir doch einfach den, der müsste eigentlich auch reichen, um so leichte Sachen hier festzukleben. Der ist nicht ganz so dickflüssig. So. Ach Mensch, das war jetzt nicht so schlau, ich wollte das ja eigentlich hier über die Dings machen, über die Klemme, damit man die nicht mehr sieht. Aber gut, ich meine, es ist auch nicht schlimm, wenn man die Klemme sieht, so schlimm ist es auch nun wieder nicht. Also ich könnte jetzt hier einmal gerade noch den Kleber ein bisschen so abdingsen. so. Ja, hier wird man den jetzt auch ein bisschen sehen, weil ich jetzt zwei Sachen klebe, aber ja, schlimm finde ich das jetzt auch nicht. So, dann haben wir einmal die hier und ich würde sagen, das, was ich jetzt gerne machen würde, noch erst einmal zumindest den Rahmen von außen, das heißt also, alles, was hier vom Cluster außen ist, das werde ich jetzt einmal noch mal ein bisschen mit Ink versehen. So, dann wird das nachher ein bisschen, also du siehst ja schon den Unterschied, das ist ein bisschen zu blass, wie ich finde. So. Alles, was einen Rahmen bekommt, ist halt eingerahmt und sieht einfach besser aus. Macht man natürlich im besten Fall vorher. Aber, das vergesst man halt öfter oder ich zumindest. Wahrscheinlich geht es dir da vielleicht ähnlich. Im Moment bin ich so nachdenklich und so wenig kommunikativ. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil jetzt alles so vor uns liegt und ich dann doch schon ein kleines bisschen nervös werde mit so einem drum und dran, ob das alles so gut klappt, wie wir das so geplant haben und jede Witzka und noch so viel Content. Es ist halt so, ich bin natürlich vor Ort und ich kann auch Dinge tun, aber wenn ich meine ganzen Sachen abbaue, weiß ich eben nicht, wie ich das dann mit dem Newsletter und sowas alles hinbekomme, mit dem ganzen Krams. Ich bin da noch so unschlüssig, weil eigentlich möchte ich gerne vorproduzieren, aber andererseits, ich kann jetzt auch, also ich bin jetzt nicht der kreative Super-GAU, der jetzt hier auf einmal 70 Ideen hat, die er dann direkt am gleichen Tag noch umsetzen kann. Also, auch wenn das manchmal vielleicht so wirkt, so bin ich dann auch nicht und deswegen ist es für mich im Moment so, dass ich noch überlege und mir auch noch so ein bisschen Zeit lassen möchte und mich inspirieren lassen möchte durch den Sommer, was kommt denn zum Beispiel für ein Freebie im August oder so. Also, ich habe noch keins, ne? Ich denke noch darüber nach und mache das manchmal, mache ich das auch super spontan und, ja, und dann sind das eigentlich die besten Ergebnisse, ne? Also, das so erzwingen geht dann auch nicht und man muss schon immer mal wieder so die Idee haben, ne? Sicherlich gibt es auch viele Sachen, wo man dann im Internet stöbern kann, aber oft ist es so, es muss mit mir in dem Monat in Resonanz gehen, dass ich das Gefühl habe, yes, und ich muss richtig Bock darauf haben, auch dieses Motiv zu machen. Weil, ich sage mal, es gibt so Motive, wo ich sage, ja, wäre, könnte man machen jetzt zu dieser Jahreszeit oder so oder passt, ja, vielleicht auch zu bestimmten Dingen, aber ich habe da, ich merke da überhaupt, ich habe keine Lust darauf, auf das Thema dann zum Beispiel, ne? Darauf hatte ich jetzt richtig Lust und, ja, deswegen geht mir das dann ein bisschen leichter von der Hand und für August, wie gesagt, habe ich noch nichts. Ich weiß nicht, ob es eher floral wird, eher schäbischig oder ganz was anderes. Ich habe absolut keinen Schimmer. Ich lasse mich da ganz von mir selbst überraschen. So, also, ich habe die hier vorgefertigt, kannst du draufschreiben, was das für ein Journalchen ist. Du kannst auch hier natürlich auch noch kleine Breads durchmachen oder sowas, wenn du das magst, aber ich finde, so sieht das jetzt auch nicht so schlecht aus. Man könnte auch direkt einfach was draufkleben und man könnte es auch überkleben. Ja, passt schon. So, also, dann lasst uns mal zumindest so ein paar Sachen schon mal hier einarbeiten. Wir haben jetzt die Cluster und Cluster kann man ja nutzen einfach als Deko. Ja, einfach irgendwo hinkleben und dann ist das hübsch. Also, ich finde es hübsch. So, man kann aber auch das Ganze so anbringen, dass man hier hinter noch was verstecken kann. Das werde ich jetzt zum Beispiel damit machen und zwar mache ich daraus so eine kleine Eckenpocket und das mache ich so, indem ich hier dann einfach mal so die Kante entlang gehe, nur an zwei Seiten und dann lasse ich die anderen beiden Seiten offen. Ja, und klebe das dann hier. Seht ihr das überhaupt in der Kamera? Ich habe das Gefühl, dass ich zu weit runterrutsche. Na, das ist ein bisschen knapp, ne? Ich muss immer, glaube ich, die Kamera so ein bisschen weiter runterbacken. Da seht ihr nicht mehr in meine schöne Deko, aber das ist jetzt mal zweitrangig. So, und hier wäre quasi dann die Möglichkeit, wenn das dann erst mal fest ist, ne? Hier ist ein bisschen Kleber rausgekommen. So. Das lässt man dann hier so ein bisschen trocknen. Ne? Und dann kann man immer was dahinter stecken. Und dann hält das eigentlich auch, ne? Eine ganz schöne Sache. Jetzt erzähle ich den alten Hasen hier so, ja, Beginnersachen, aber ich finde, Beginnersachen gehen immer, oder? Irgendwie. Jetzt mache ich natürlich nicht auf jede Seite so ein Klasse, das wäre ja auch doof, das ist ein bisschen langweilig. Dann machen wir vielleicht hier bei dem einen noch hin. So dekoriert man dann einfach mal ein Journal. So, und was wird jetzt hier einmal? Eine kleine Pocket. So. Dann nehmen wir noch mal hier oben einfach nur eine kleine Deko. Oder auch ganz einfach schnell gemacht. Wo haben wir sie denn? Irgendwo hatte ich hier noch da hatte ich hier noch ja, Büroklammern liegen. Dafür brauche ich jetzt ein bisschen Papier. Nehmen wir noch mal was, was ich nicht leiden kann. Das mache ich ja eh am liebsten. So. Wie man Papierclips macht, wisst ihr eigentlich schon, ne? Das ist ja jetzt nichts Neues, was ich euch erzähle. So, und zwar werde ich das hier auf der kurzen Seite machen. Schneiden wir einfach mal ab. Könnte ich ja vielleicht noch einen machen. Das wäre jetzt ein ganz einfacher Papierclip. Ohne großes Taran. So. Also hier auf die Pappe. Mit der Pappe steckt man das gleich fest und hier klebe ich einfach das Cluster mit drauf. Das kann hier auch, guck mal, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich kann hier auch ein bisschen rausgucken. Oh, asse ist. So. Und dann hat man hier so einen ganz einfachen offenen Papierclip. Den kann man dann hier einfach dran kleppen. Zack. So, dann könnten wir auch hier einen Tuckspot draus machen. Das heißt also, das in der Ecke packen, sodass man da auch was hinter klemmen kann. Wir können aber auch noch zusätzlich eine kleine Pocket machen und die einfach schön dekorieren. Ich meine, dieses Papier ist jetzt für den Strand gar nicht so schlecht. Dieses Grüne mag ich da drauf ja überhaupt nicht. Sieht wie doof aus. Aber die Streifen, irgendwie passen die. Ich muss nur gerade einmal gucken, dass ich das gerade abschneide. Da bin ich ja nicht so gut drin. Und deswegen nehme ich mir lieber die kleine Schnibbelmaschine hier. Und schneide das richtig schön gerade ab. So, das meiste davon werde ich hier einfach verkleben. Da lasse ich mir was einfangen. Weil an für sich ist das von den Streifen her nicht schlecht. Jetzt nehmen wir uns einfach mal so ein oval oder ein rund oder sowas und machen hier einmal so einen Eingriff in die Pocket. Dann wird natürlich einmal die Deckel hier für meinen Kleber dann werde ich das hier alles noch ein bisschen innen. So, hier könnte man auch vielleicht einmal nur so rum hingehen um die Kante So, ich denke ich mache auf dieser Pocket mache ich sowas wie eine Collage und ich könnte auch noch eine zweite Pocket später machen wo man dann auch noch was rein stecken kann kann Leute wisst ihr worüber ich die ganze Zeit nachdenke also es kommt immer mal wieder ich habe einen Hund gehabt vor Gott wie lange ist er jetzt schon tot fünf Jahre und es fehlt mir so ein kleine Schätzlein ich weiß das macht schweineviel Arbeit und das ist wie als hätte man noch ein Kind aber irgendwie fehlt mir das total so ein das sieht auch gut aus so ein Hundchen habt ihr auch Tiere Haustierchen wahrscheinlich Katzen viel Bastler sind ja meistens Katzen Katzenmenschen behaupte ich jetzt mal einfach so aber ich glaube mit meiner Behauptung stehe ich gar nicht so schlecht da ich habe weil Katzen sind ja also man sieht ja erstmal sowieso viele Katzen in diversen Videos die dann einfach mal durchs Bild stolz hier ich glaube ich mache eher das Cluster hier dran das finde ich viel cooler ja tatsächlich könnte man natürlich auch noch hier so ein bisschen durchdekorieren oder auch einfach hier mit Lust auf mehr oder so ja ich werde das hier draufkleben finde ich viel cooler also Cluster nochmal hier drauf das ist cool und dann steht das auch hier so ein bisschen ab und das finde ich eigentlich schon ziemlich schön ja reicht schon fast aber ich habe ja gesagt ich möchte das hier so ein bisschen überkleben die Dinger mag die nicht warum kaufe ich mir eigentlich ein Scrapbook Papier was ich nicht mag hast du das auch das ist diese Gier wenn man im Action ist und einfach mal mitnimmt Hauptsache man hat ein neues Papier aber ich habe schon lange kein Papier mehr gekauft beim Action muss ich ja auch sagen ich habe irgendwann habe ich festgestellt ich kriege das alles gar nicht weggebastelt weil ich ja auch selber so viel mache also selber so viele Papiere mache dass ich irgendwie so auf Action Sachen dann auch gar keinen Bock mehr habe irgendwie so was cool ist das ist natürlich in Sobenjournalist wenn man da so ein bisschen Klebe macht und dann echten Sand oder so ich bin dazu durch den Kopf gegangen wäre ja vielleicht auch ganz cool ich überlege gerade ob ich hier drunter einfach ein Stück Packpapier noch mache so dann sieht man dieses hässliche Zeug nicht mehr finde ich ist eine ganz gute Lösung ich klebe das jetzt hier überall hin so das Ding ist müsste eigentlich genau passen so wie ich es jetzt gerissen habe hier hatte ich doch noch den kleinen ja das ist süß ach Leute macht schon Spaß so ein bisschen vor sich hin gebastelt wäre natürlich schöner wenn ich euch hören könnte das ist cool so und einmal hops umdrehen und natürlich nur drei Seiten kleben weil soll ja eine Pocket sein schön ist das ja very happy hier kann man natürlich auch noch was hinter klemmen auch eine schöne Sache ach natürlich hier auch logisch Papierclip kann man natürlich auch dafür nehmen man könnte auch hier noch Tabs machen zum Beispiel auch aus Pappe einfach so dran machen und hier Hut zum Beispiel ich überlege gerade ob ich das nicht mit in Urlaub nehme ich habe extra ein Urlaubsjournal gebastelt das kleine aber das finde ich jetzt schon richtig cool muss ich sagen das könnte auch ein Urlaubsfotoalbum werden oder sowas warum nicht ich weiß noch nicht was ich daraus mache schauen wir mal so dann kommen wir hier zur zweiten Pocket und dann machen wir das gleiche hier habe ich ja noch ein Cluster dann machen wir hier ein Cluster zack und auf dieser Seite machen wir auch wieder ein bisschen was mit Spruch und Regenschirm und Hut alles was ich so habe ist doch auch schön was gibt es hier noch Flut ach guck mal da kann man eine ganze Collage draus machen machen wir noch Ebbe wo habe ich Ebbe Ebbe war hier auch irgendwo Nordsee Wattenmeer Ebbe Flut geil so mache ich das ich mache hier quasi nochmal eine extra Collage draus oder spare ich mir das und mache daraus nur so eine Collage ist vielleicht auch eine coole Idee ich überklebe jetzt einfach alles was mir hier nicht gefällt an diesem grünen Zeugs mit ein bisschen Packpapier so guckste jetzt machen wir hier einmal einen Hut ich glaube ich die Bänder noch ein bisschen definieren ach ja ich weiß gar nicht was für eine Laune ich im Moment habe die ist irgendwie komisch habt ihr das auch manchmal so komische Laune so wo ihr so undefinierbare Laune habt so nicht wirklich schlecht aber auch nicht so oh Gott da draußen da sieht es ja aus oh Mann ey übelste Sorte da kommt eine dicke aber wirklich dicke 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 fette Wolke richtig krass oder mache ich doch die Dings da ich glaube ich mache doch das Cluster mit da dran damit das hier so ein bisschen das war jetzt auch unnötig ne das Papier ja geht das hat jetzt nicht so ganz geklappt wie ich mir das vorgestellt habe aber so ist glaube ich ganz cool darf ja ruhig auf einer Seite ein bisschen dicker kommen mache ich jetzt einfach und dann nehme ich gleich noch die ganzen Begriffe und packe die dazwischen und gucke mal was gut aussieht so das mache ich jetzt ein bisschen höher dass die nicht ganz so flach ist also dass das ruhig ein bisschen hier raus gucken darf so und ich werde jetzt doch hier bei den Fuzzy Cuts einmal drum rum gehen und ein bisschen die Kante hier ein bisschen neutralisieren obwohl die Bänder kann auch ruhig so bleiben so und wenn ich den Hut genauso klebe dann habe ich beides ich muss gerade gucken auf welche Höhe ich natürlich die Pocket mache wenn die hier unten ist man kann die Pocket natürlich auch in die Mitte setzen also tu dir da keinen Zwang an du kannst auch zum Beispiel daraus zum Beispiel eine Klappe machen die so geht oder einfach ein Bild und hier oben eine Pocket oder so also ich mache die jetzt aber hier unten und jetzt überlege ich gerade ob ich wirklich möchte dass mir diese Hutdinger da raus gucken eher nicht weil ich nämlich Angst habe dass mir die Dinger sonst kaputt gehen so schönes Schirmchen noch zick zack so schönes Schirmchen das ist das ist das ist Ich hoffe, du bist nicht gelangweilt, weil ich so schweigsam bin. Ansonsten habe ich ja kein Problem damit, so lange durchzuquatschen, aber irgendwie momentan... Ich quatsche voll wenig. Wie kann das denn sein? Wenn ich das so verbastele, es ist so cool. Also da merke ich erst wieder, ach ja, war eine geile Idee. War echt eine geile Idee, Agnes. Da muss ich mich manchmal tatsächlich... Ja doch, ich neige dazu, mich dann auch mal gerne selbst zu loben. So, jetzt ist es raus. Mach das ruhig auch mal. Du darfst dich absolut selber loben. Das darf man. Das ist Selbstliebe. So... Dann machen wir noch ein bisschen Ebbe und Flut. So, ein bisschen übereinander vielleicht auch. Das sieht echt cool aus. Hätte ich gar nicht gedacht. Wo ist meine Ebbe? Hatte ich die schon ausgeschnimmelt? Habe ich doch, oder nicht? Meine Ebbe ist weg. Achso. Ne, das sind nur die Zahlen. Hallo? Hatte ich doch gerade noch hier, oder nicht? Ich habe meine Ebbe verloren. Mist. Ja, wer weiß. Vielleicht liegt es auch hier unten zwischen dem ganzen Müll jetzt rum. Hm, sieht aber nicht so aus. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, das nicht. Und das hier glaube ich auch nicht. Och, das gibt es auch nicht. Ihr wisst bestimmt, wo ich es habe, ne? Was ist hier? Kann man... Ah, da ist er doch. Da ist doch die Ebbe. So, und dann machen wir hier noch eine kleine 25. Warum auch immer. Weil ich sie gerade hier habe. Ein bisschen was. Hier fehlt mir nämlich noch irgendwie was. Da bietet sich ja so eine kleine Zahl an. Guck mal, so eine Collage. Sieht doch echt toll aus. Finde ich gut. Feiere ich voll ab. Richtig gut. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich hier natürlich ein bisschen zu viel Kleber gemacht habe. Ich muss das gerade einmal hier abnehmen. Ah, es rutscht. Na komm, bleibt doch mal kleben. So. Okay. Dann einmal nochmal die Pocket festmachen. Wo hatte ich jetzt die eine Pocket? Ich will die nicht zu nah beieinander haben. Hier ist jetzt die eine. Dann mache ich die mal ein bisschen weiter hinten. Hier auf die Seite vielleicht. Ich neige dazu, vielleicht darum, weil ich Rechtshänder bin, tatsächlich so gröbere Sachen, großere Sachen irgendwie immer rechts zu machen und links eher nur so Deko. Das ist mir letztens schon so aufgefallen. So. Ah, die Collage finde ich richtig gut. Das ist auch mal. So was habe ich auch noch nicht gemacht. Also so viele Wörter und solche Dinge dann so beieinander, finde ich, ja, hat was, ne? Ja, Leute. Ich würde sagen, das reicht doch erstmal für heute, oder? Klaro kann man hier auch noch ein bisschen was machen, ne? Ich könnte auch hier so eine, so eine Seite, zack, zum Auf und Zu machen machen. Mit ein bisschen Washi-Tape oder so. Natürlich bietet sich immer eine Pocket an bei so länglichen Sachen, aber ich würde fast sagen, das macht sich am allerbesten tatsächlich als Journalkarte zum hinten draufschreiben, weil die relativ groß ist auch, die Karte. Da passt ein bisschen was drauf. Die hat eine schöne Größe. Und ich denke, ich werde sie hier einfach mit in die Pocket stecken. So. Und dann werde ich das hier in die Pocket. Das könnte man dann später noch ausschnibbeln, ne? Und dann haben wir ja auch noch hier ein Cluster. Da könnte man jetzt noch das hier hinter klemmen. Weil extra dafür ausgeschnibbelt, ne? Ja, finde ich doch ganz cool eigentlich, ne? Ja. Ja. Ich bin lecker zufrieden. Ich werde jetzt hier noch die Kleinigkeiten noch zu Ende ausschneiden und dann in meinen Teil reintun hier, damit ich immer was zum Basteln habe. Kleinigkeiten. Das sind ja meine Dinger, die kommen überall mit hin, sozusagen. Aber mir fehlt ein, ach da, so eine kleine Box. Die kleine Box, die behalte ich mir immer wirklich für diese Dinger. Ich glaube, die gibt es im Kick. Äh, im Kick. Äh, im Action, glaube ich, habe ich die gekauft. Irgendwann mal in so einem Viererpack oder so. Aber nagelt mich nicht fest, ob das wirklich Action war. Ich glaube. So, ich hatte das... Eigentlich war das hier ein bisschen sortierter. Ich hatte hier nämlich so Label. So neutrale. Genau. Und ein bisschen Dingspapier. Hier hatte ich ein paar Zahlen. Da ein paar Sprüche. Das war schon ein bisschen sortierter. Ja, und eigentlich hatte ich hier auch noch ganz kleine Sachen. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, wo die alle sind. Ist egal. Dann packe ich mir hier einfach diese Nazi-Dinger rein. Äh, den Monat kann man sich natürlich hier auch noch ausschneiden, wenn man das möchte. Bräuchte ich jetzt nicht zwingend, aber... So, dann haben wir hier noch Zahlen. Und hier noch eine kleine Nummer. Und wo war der Rest? Ich schon wieder. Ach so, die anderen Sachen waren ja hier noch mit drauf. Ja, dann passt das ja schon. Also Leute. Meldet euch jetzt noch an, falls ihr es noch nicht seid. Falls ihr dieses Freebie haben möchtet. Und natürlich auch noch weitere Monat für Monat im Mitgliederbereich. Auch rund um das Thema Strand und Meer gibt es diesmal auch wieder Designpapiere und Fuzzy Cuts und so kleine Vorlagen. Und ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich erstmal noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Basteln machen tun. Und ja, nicht vergessen, Bestätigungslink drücken. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschaui. Tschaui. Tschaui.